Viele hatten Anja Persson bereits abgeschrieben und dann dies. Persson war auf der Piste und beim Jubeln eine eigene Liga. Von wegen kühle Schweden, bei minus 15 Grad kochte das Zielstadion von Ore. Rollen wir diesen packenden Super-G jedoch von Beginn weg auf. Die junge Fabienne Sutter stieg als erste Schweizerin ins Rennen. Und die 22-Jährige machte ihre Sache ordentlich. Frech und dynamisch, so hatte man sich das gewünscht. In der angriffigen Fahrt schlichen sich allerdings kleinere Unsauberkeiten ein. In der Endabrechnung reichte es für Platz 11. Ich habe auf jeden Fall etwas probiert. Es sind leider zwei, drei Fehler drin gekommen. Aber wenn man etwas wagt, kann es halt passieren. Sutter war damit schneller als ihre Teamkolleginnen Schild und auf den Platzen, die mit den Rängen 12 und 19 wohl auch ihre eigenen Erwartungen nicht ganz erfüllen konnten. So blieb als Schweizer Medaillenhoffnung noch Nadja Stieger. Ihre Formkurve zeigte zuletzt nach oben. Ihre Fahrt war gut, ihre Zwischenzeiten waren es auch. Trotzdem sollte es nicht für einen Podestplatz reichen. Vielleicht fehlte nach dem bisherigen Saisonverlauf mit viel Auf und Ab die letzte Sicherheit. Es ist weh, es hat keine Medaillen gegeben. Es ist eben der Platz, der nicht schlecht ist für mich dieses Jahr. Aber zum Podest war es nicht so weit. Es folgte die unerwartete und unwiderstehliche Show von Anja Persson. Im letzten Frühjahr hatte sie ihr Knie operieren lassen müssen. Das Resultat war eine bis anhin durchzogene Saison. Im Super-Ski war sie gar ohne Spitzenresultat geblieben. Das war heute Schnee von gestern. Kurz vor der WM hatte sie sich eine Auszeit vom Weltcup-Stress gegönnt. Die Rechnung ging auf. Mein Vater weiss immer, was er braucht, dass ich zurück in die Weltmeisterschaft ganz schnell komme. Er hat zwei Wochen viel Arbeit mit meinen Schuhen und meinen Ski. Die letzte Woche war ich ganz locker im Skifahren. Dann weiss alle, dass ich mich attackieren kann. Dann braucht es nur in meinem Kopf gut sein. Etwas zittern musste Persson allerdings schon. Lince Kildow und Renate Götschel, die meistgenannten Favoritinnen, heizten der Schwedin noch gehörig ein. Kildow hatte den letzten Super-G vor der Weltmeisterschaft gewonnen. Jetzt reichte es nicht ganz. Immerhin, die Amerikanerin sicherte sich ihre erste WM-Medaille. Die hatte zu diesem Zeitpunkt auch Anjo Persson auf sicher. Was für eine Rückkehr. Anjas Superstar wurde von Mutter Madeleine in nichts geherzt. Renate Götschel setzte zum Sprung an die Spitze an, doch auch die Österreicherin scheiterte. Es blieb bei Gold für Persson, Silber für Kildow und Bronze für Götschel. Die Schweizerinnen zeigten eine ansprechende Leistung. Aber in der Endabrechnung überstrahlte das Golden Girl aus Schweden alle anderen.